Julia! Cube! Hilfe! Ein Held wie kein anderer. Irgendjemand muss mir den kleinen Mann eintreten. Das ist Minnesota Cube. Ich eile! In VeggieTales Minnesota Cube und die Suche nach Samsons Haarbürste. Würmer? Warum ausgerechnet Würmer? Sein Ruf ist legendär. Sie sind unsere letzte Hoffnung, Mr. Cube. Aber seine Feinde sind unerbittlich. Zur Stelle, Mr. Gurkenschlau. Wer's findet, behält's! VeggieTales